ja servus leute und herzlich willkommen zurück hier bei retro und future bei dem kanal wo es um elektromobilität und erneuerbare energien geht zumindest auf der future seite wisst ihr auf der retro seite gibt es retro gaming vom feinsten schaut da auch mal rein würde ich mich sehr freuen aber heute geht es wieder um das thema strompreise und ich wurde öfter unter den videos gefragt ob ich nicht mal wieder ein video machen könnte zur aktuellen situation am strommarkt und ich habe mir das ganze ein bisschen angeschaut und ich muss ehrlich sagen ich bin ein bisschen ratlos vielleicht könnt ihr mir in den kommentaren posten warum die preise momentan so sind wie sie sind denn ich kann es nicht ganz nachvollziehen mal gucken vielleicht kann einer von euch mit der weiterhelfen was genau ich meine mit ich kann es nicht ganz nachvollziehen das können wir hier sehen wir schauen uns erst mal wieder ganz kurz die aktuellen preise an der strombörse an also im endeffekt hier die strombörse von leipzig und die seite habe ich ja damals schon immer benutzt die ist sehr gut energy charts punkt info und da habe ich jetzt mal 2023 aufgerufen wenn wir uns mal hier so durchgehen können wir eigentlich so sehen ja im schnitt liegen muss um die 100 euro pro megawattstunde ja und darauf fußen ja dann auch im endeffekt die preise die die hersteller uns weitergeben wenn wir jetzt mal ganz kurz schauen was denn im jahr 2020 zum beispiel war das war ja noch so vor dieser stromkrise die wir jetzt hatten wenn wir da also aufs jahr gehen dann können wir sehen dass wir so im schnitt immer so um die 50 euro eher sogar drunter so 40 euro hatten und zu der zeit waren ja die strompreise so bei 30 cent pro kilowattstunde vielleicht auch mal ein tick drunter oder drüber aber so in der richtung war es ja eigentlich was dann die stromanbieter uns weitergegeben haben wenn wir das jetzt im kopf behalten und uns dann noch mal anschauen wo wir momentan sind ich gehe jetzt wieder auf 2023 und da können wir sehen dass wir so um die 100 euro pendeln pro megawattstunde und wie gesagt 2020 waren sie gerade mal 40 euro pro megawattstunde und damals waren die preise so bei 30 cent und wenn wir uns jetzt mal angucken wo die preise sind dann kann ich es eigentlich nicht ganz nachvollziehen weil man kann ja sagen dass an der strombörse die day ahead auktion dass da die preise im endeffekt mehr als doppelt so hoch sind wie 2020 und damals war der strompreis für die endkunden so bei 30 cent also für private endkunden und wenn wir jetzt dann mal auf jack 24 gehen ich habe es mal wieder ausgeführt hier mit 3500 kilowattstunden natürlich nur ökostrom und wenn wir jetzt mal schauen wir mal den ersten hier aufmachen diesen rapid charge und gucken uns mal hier die strompreise an dann können wir sehen wir sind bei 25 cent die kilowattstunde und das ist wirklich was was ich nicht verstehe ich habe in meinen letzten videos immer wieder gesagt dass ich nicht glaube dass die strompreise wieder so weit runter gehen ich habe mich eindeutig geirrt aber ganz ehrlich ich kann es von den preisen die an der strombörse bezahlt werden nicht nachvollziehen also packt meine kommentare rein wenn ihr wisst warum jetzt die strompreise günstiger sind und das obwohl an der strombörse in leipzig der strom mehr als doppelt so teuer ist wie damals als es 30 cent pro kilowattstunde waren aber das war jetzt mal das eine also packt es mal unten rein würde mich interessieren ob ihr da eine erklärung dafür habt aber natürlich eine super entwicklung ist im endeffekt haben wir hier wieder 15 euro pro monat ist ein bisschen eine hohe grundgebühr ich mag eher ein bisschen eine günstigere grundgebühr und lieber ein bisschen höheren arbeitspreis weil die grundgebühr zahlt ihr sowieso in den arbeitspreis eventuell nicht wenn ihr vielleicht sparsamer seid das heißt wir haben hier 25,82 cent und beim nächsten wenn wir uns den mal anschauen dann können wir sehen 7,50 euro im monat das ist ganz gut und trotzdem sind wir beim arbeitspreis noch unter 30 cent ja also ich denke das ist ein super angebot ja also ich denke wer momentan sich einen neuen stromanbieter suchen muss oder den tarif wechseln möchte oder wie auch immer der hat jetzt die gute möglichkeit günstig zu wechseln aber natürlich wichtig bevor ich einen vertrag abschließe guckt auch immer noch was euer lokaler stromanbieter so bieten kann ja weil manchmal sind die auch relativ günstig mittlerweile wenn wir uns dann noch den eprimo anschauen können wir auch sehen was haben wir da 12 euro im monat und ja knapp 28 cent und was haben wir hier noch da haben wir 15 euro wieder ja und 26 euro 90 wenn wir noch mal ganz kurz zum thema strompreise zurückkommen wie gesagt wir haben ja hier diese strompreisentwicklung gesehen für dieses jahr die relativ hoch ist ich interessiere mich mittlerweile sehr stark für den anbieter tipper denn da ist das coole ich glaube zahlt im monat 4 99 grundgebühr und zahlt dann wirklich nur die netzentgelte die der stromanbieter zahlen muss um den strom zu uns zu transportieren plus das was die an der börse bezahlen also die verdienen am strom selber nichts und hier kann man dann im endeffekt jetzt mal sehen welche strompreise die denn in den letzten monaten aufgerufen haben und da kann man schon gut sehen ja letztes jahr juli august da waren es im 69 cent das waren wir damals bei tipper hatten echt ein problem weil da knallen halt dann die strompreise auch direkt auf den endkunden durch ja was ich natürlich zum beispiel nicht gehabt habe weil ich habe das glück gehabt dass ich kurz davor noch ein zwei jahres vertrag abgeschlossen habe das heißt ich war relativ safe ja aber wenn es bei tipper gewesen wäre hätte man hier natürlich geblutet aber man kann ja schon sehen so september ging es mal runter 55 cent was dem endkunden in rechnung gestellt wird da kann man auch schön sehen 34,61 cent war der strompreis und steuerung abgaben 20,9 cent wenn wir jetzt noch mal ganz kurz auf die börse gehen und wir wissen ja wir haben hier sagen mal 100 euro und das sind ja dann 1000 kilowattstunden das bedeutet dann wären es im endeffekt zehn cent die der strom an der börse momentan kostet das kann man ganz gut sehen hier im april da hat immer bei tipper nur 27 cent pro kilowattstunde bezahlt und das hätte sich im endeffekt zusammengesetzt von zehn euro sieben der strompreis also das macht schon sinn das schon stimmig zu dem was da an der börse passiert und 16 euro 99 steuern und abgaben also kann man sehen hier ist wirklich der strompreis und der weniger als die steuern und abgaben wenn wir zurückgehen kann man sehen hier war es wirklich so dass der strompreis das doppelte war von dem was die steuern und abgaben sind also wir sind jetzt hier wirklich wieder in einer guten situation man kann sehen es gab dann hier sogar zeiten im mai wo es nur 8 euro und 17 cent für den strom an der strombörse bezahlt werden musste und der rest war dann steuern und dann kommt man hier auf 24,79 cent und das deckt sich ja schon relativ gut mit dem was wir jetzt gesehen haben aber man darf nicht vergessen bei tipper zahlen nur 4,99 euro grundgebühr im monat also nicht irgendwie 15 euro wie man es gerade gesehen haben und ja ich muss sagen ich liebe wirklich mit tipper ich muss mal gucken wie mein vertrag ausläuft ich glaube das werde ich machen und dann werde ich natürlich hier auch darüber informieren wie das ganze so läuft und dann heißt natürlich auch ein bisschen hoffen kommen dann solche zeiten wo die preise hoch knallen ist natürlich gleich mit dabei und zahlt als endkunde auch die zeche sage ich mal aber man profitiert dann auch von den stark sinkenden preisen und wenn wir jetzt davon ausgehen dass man hier 24,79 cent bezahlen bei einem strompreis von 8 euro 17 das heißt während einer strombörse 81 euro 70 pro megawattstunde und wenn wir überlegen wo wir herkommen dass wir damals pro megawattstunde 40 oder 50 euro nur bezahlt haben dann kann es durchaus sein dass der strompreis hier wieder runter auf vier oder fünf cent geht und dann wäre man relativ schnell bei vielleicht 20 cent oder 18 cent pro kilowattstunde als endpreis wenn man die steuern und abgaben drauf rechnet und das wäre natürlich schon mega cool oder falls ihr bei tipper seid packt es mal unten rein in die kommentare wie ihr damit zufrieden seid und ob ihr den tarif habt mit den monatlichen preisen oder diesen stündlich abgerechneten tarif ich würde dann schon eher auf diesen stündlich abgerechneten tarif gehen und würde dann natürlich auch schön immer gucken dass ich den strom dann verbrauche wenn es wirklich günstig ist so und jetzt haben wir mal einen rundumschlag gemacht jetzt haben wir uns ganz kurz angeschaut wo wir denn momentan mit den preisen sind pro megawattstunde immer noch relativ hoch im vergleich zu dem wo wir 2020 waren also wir können mal zurückgehen ich gehe mal auf 2019 da kann man sehen da waren wir unter 50 euro im schnitt und eben auch die jahre davor ging es eigentlich immer ja in dem gleichen bereich zu ich mache es mal ganz kurz weg hier so auch da können wir sehen ignoriert es mal die unterschiedlichen farben da waren wir auch irgendwo um die 50 euro dann 2017 waren unter 50 euro und so war es eben die jahre davor immer das heißt man relativ stabil im strompreis und dann eben jetzt explodiert netz immer über 100 euro und trotzdem gibt es wieder kilowattstunden preise von gerade mal 27 oder 26 cent also wenn ihr eine idee habt warum die strompreise jetzt so günstig sind für den endverbraucher obwohl wir mehr als einen doppelt so hohen preis an der strombörse haben dann lasst mich wissen ich bin echt gespannt ich lese alle kommentare und ich versuche auch alle kommentare zu bearbeiten und das soll es dann schon wieder gewesen sein in dem rahmen hier würde ich sagen werde ich mich also in zwei drei monaten wieder wenn wir so richtung herbst gehen und dann gucken wir mal wie sich die preise dann entwickelt haben also in dem fall wünsche ich eine gute zeit genießt den sommer macht's gut bleibt gesund steffen von retro and future ciao